Wunderschön und romantisch war der Heiratsantrag, den der Wiener Unternehmer Clemens Hallmann, 42, Modell Barbara Mayer, 31, in Cannes gemacht hat. Der Zeitschrift Gala, sagte Mayer, Clemens hatte mich davon überzeugt, dass wir nach der Eröffnungszeremonie noch ins Hotel-Restaurant gehen, weil das Filmfest genau mit dem vierten Jahrestag unseres Kennenlernens zusammenfiel. Beim Essen hat er gesagt, er müsse mit mir reden, aber es sei leider gerade so laut um uns herum. Dann hat er mit dem Löffel dreimal gegen ein Glas geschlagen, und alle Leute im Raum sind wortlos gegangen. Es sei, mupsmäuschenstill, gewesen, in dem Moment war ich total verwirrt. Das Buch, dein Weg zum Glücksgewicht, Bewegungsstadium, von Barbara Mayer finden Sie hier. Die vermeintlichen 40 Gäste seien Schauspieler gewesen, erklärte Hallmann, ich wollte diesen besonderen Moment filmreif inszenieren. Ein Kellner habe auf einem Silber-Tablet den Ring gebracht, so Mayer. Clemens ging ganz klassisch vor mir, auf die Knie und hat mich gefragt. Das sei, wie in einem Film gewesen. Ich habe zwar sehr schnell ja gesagt, aber habe ihn danach eine kleine Ewigkeit nur mit großen Augen ungläubig angeschaut. Die Hochzeit werde wohl 2019 stattfinden, dieses Jahr. Schaffen wir es wohl leider nicht mehr, verrät Mayer, die sich auch Kinder wünscht. Über Größe und Ort für die Festlichkeiten sei sich das Paar noch nicht einig. Wir vermeiden die Planung noch ein wenig, um nicht zu viel zu diskutieren. Die beiden wollen aber auf jeden Fall kirchlich heiraten und unsere Familie und Freunde dabei haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017